Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HiOnLife So, wir haben da jetzt unsere neue Waffe bekommen, also dieser Gatleon, namens Creature Wir müssen eben die Scrandall-Brüder die Kopfkordjagd machen, müssen die Labore da erkunden Und jetzt kriegen wir eben die tolle Waffe, und I guess Testieren sie weiter, oder? Ah, die machen jetzt ein Abo kaputt, nice Und da hinten waren noch eins Er rennt dann da rein Und da dahinter Easy Hm, nice Oh, was ist das da überhaupt, Alter, what the fuck Ja Eben vorher geschaut, ob man da jetzt zurückgehen kann und noch das andere Ding holen Irgendwie kommt man nicht zurück, also das müssen wir eigentlich da Da hin teleportieren und das noch einmal holen, das früher, was da war Aber jetzt schauen wir auf jeden Fall mal da, Alter Da rein Da rein Noch mehr rein, shit Nooo Ah, ein Lift Oder wie Das ist eigentlich nichts Das ist eigentlich nix Druck Mua So ein Haufen kicken Die anderen Waffen Ichiha Sind wir schon Waffen komponieren Ichiha Langsam viele Meter über den Borden und nur mit Sprechenden Waffen, ohne Wutterhallen A Der B Der 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 malansicht das ist so schwer jetzt gucken wir uns um den Halt ja, der versteht sich auf meinen Oh Mann, aber auch rein rein Oh, shit. Das hat jeder. Was? Du bist stark. Schön, dass ich hinter diesem Glas bin bin. Oh! Use ein von meinen Kindern um mit dem Mann zu schreien. Er wird in eine Frenzation. Ich habe dir gesagt, dass sie das können? Sie können das machen. Fuck. Das ist ein Hypno-Baby. Jetzt habe ich nicht die Gedanken von den Kindern gekundet. Okay? Aber jetzt habe ich halt... Schon alle hing mal. Alles klar. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Danke für zu dem Malte. Oh, es ist toll auf uns wieder. Schnell wieder aus. Loser Aftere. Im den ganzen Horror. Oh, wuhh. Oh, ich kann helfen mit dem Hive. Ich kann den Hive schicken. Ich werde nur das bisschen die Frenzation. Das wird so easy. Ich meine, der kann mich überhelfen, aber ich verstehe nicht ganz. Da ist ja nichts zu verhelfen. Ich verstehe aber auch nicht, warum die manchmal größer sind. Oder hat das früher nur so ausgeschaut, ob sie größer werden? Ach so, wenn ich Kuh kriege, sind sie größer. Naja, natürlich. Ansonsten sind sie normal groß. Ich weiß auch, ob ich da jetzt sterbe. Das sind halt die Nester von denen. Spannend. Das geht jetzt aus. Oh mein Gott. Das hätte ich gerne noch tun. Aber ich habe noch einen Jetpack. Alter, so gute Sachen. Boah, da hinten noch die blaue Kiste. Freak schon. Alter, du zeigst mir blaue Kiste. Oh. Hier irgendwo. Aber ja. Ah, da oben. Wie soll ich da aufkommen? Wir müssen jede Kiste erwischen. Nein, Spaß. Nicht jeder. Aber immer schon so streng. Ich komme wieder nachher zu. Oh, da ist nicht der da mal hochgeflogen da. Die gehen wir zur Zeit davon aus. Ich komme nachher zu. Ja. Nein, genau so schlecht. Yup. Use it. vite repe Episode 12. Fuck me! Fuck me! We're gonna get it! Okay! I think it's... Help us! I think we're gonna do the Revee more. I think that the... ...the... ...the... ...waffen are actually reloaded. I shot 16 shots. Yeah, for other waffen. I'll go back again, okay. In this case it's not enough. But now, for example... They reloaded. Okay. Now I have to learn more about the game. I know that all the waffen will be the whole time. Let's go. There we go. Oh my god, a politician who actually gives a shit. It's hard. Be free, little humans. Be free, little humans. Be free, little humans. Be free. Be free. I'm going to bomb you. Let's not kill them, okay? Let's not kill them, okay? Let's not kill them, okay? Let's not kill them. Let's not kill them. I think it's a bug that he's here. I think it's good that he's into Medora. That's legit. I think it's just all so. I don't know. I think it's just a bug that I got. Don't kill them. I just don't know what to do. Don't kill them. Oh, I think it's just a bug. Und da ist angeblich irgendwo die Kiste Ist die da oben drauf? Mal schauen Ja So Die Grindel ist ja jeden Ding ziemlich nah als du Aber eben Vielleicht ist da irgendwo noch ein Nest auf der Seite Keine Ahnung, schon Weil sie gerade zur Zeit Keine Ahnung Ich kann mich echt gut vorstellen, dass da irgendwo ein Nest war Oder dass man das irgendwie mit Von da oben auf Und da runter spricht Tja Ja das jetzt noch ein bisschen rausprobieren Indem ich da ein bisschen so rauf glitscht bin Und von dann da Von dort halt dann drüber Aber Aber irgendwie geht es immer ein bisschen aus Oder Oder man muss es wirklich so machen Aber Wow Vielleicht könnte ich nicht so Ein Mar Ein Easy 2-Signers Geht immer weiter oh boy okay Okay, man muss noch geefst werden. Don't geef, da ist er. Ich bin ein Glück, ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück, ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück, ich bin ein Glück. Ich glaube nicht, dass wir den Augen haben, oder? Ich glaube nicht, dass wir den Augen haben, oder? Lord Okay, die Säge war ja immer mega broken gerade Das war mega broken Das ist halt nur einer von drei Brüdern unseres, glaube ich Und das ist ja weglaufen, als das war jetzt nur ein kleiner Einstieg in den ganzen Bosskampf Wird jetzt irgendwas da im Mund umrufen? Ich auch nicht Okay All right Let's use my Globshot Hm, warum nicht Gene, hey, äh Werde jetzt nicht sauer, aber ich habe, glaube ich, in den Compute in deinem Zimmer kaputt gemacht Cool Oh mein Gott Andere Woffen, andere Woffen Und ich hatte erst noch Glück, aber dann habe ich den Computer versehentlich vom Schreibnisch gefickt Haha, what? Jetzt ist er am richtigen Weg, oder was er? Secret Weg Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg zuerst und bin nicht gut Okay Alright, lets shoot my kids in every room Okay, ich bin jetzt hier Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich kann das mal machen. BG, BG Was ist das? Hey, uh, don't forget to use my Globshot, you know? He's supposed to be shooting at exactly! You need my help? I am here for whatever you need, just let me die. I'm going to help you in any way I possibly can. Yeah, Jess Gabbit, aber das allein. Okay, okay, okay. So. Gene, okay, okay, ich habe tatsächlich deinen Computer repariert. Also so, jetzt schnell gegangen. Und er ist repariert, denn ich konnte mir ein paar... Hey, es geht jetzt nur um das. Ein paar Filmen darauf anschauen. Ich habe die besten davon für dich gespeichert, wie musst du auf deinem Desktop... Hm. Ich würde gerne diesen wohl eher angefangen haben. Und allerbesten habe ich den Hintergrundbild festgelegt. Ach du Schwede. Jetzt sind wir wieder back in... Juhu, wir können in der Schule den Desktop-Hintergrund ändern und der Lea versteht dann wie es geht. Zeiten. Das waren die besten Zeiten, oder? Ach du? Wir sind so viele Sachen. Wir sind so viele Sachen. Wir sind so viele Sachen. Die kommen halt von da unten. Ich schaue ihn nur kurz runter. Ok, ich habe es nur einmal probiert. Ich glaube, man kommt nicht mehr so auf dem gleichen Weg. Aber ja. Mal schauen. Oh boi, das ist knapp. Ja. Okay. Müsst ihr erwarten bis der Treibstoff wieder voll ist? Dann gehen ja die Dinge da wieder zu. Ok. Und dann? Was gibt's hier leider? Du musst ja die maximale Zeit auskosten. Das heißt, ich muss ja... Ich darf halt aber noch nicht zu viel Treibstoff verbrauchen. Um auf dem ersten zu kommen. Oh mein Gott, das ist aber ziemlich close. Denk nämlich, dass wir da runter sind und jetzt eh wieder da sind. Dann hast du ihm alles richtig gemacht. Jaha. Jep. Das mal runter, ne? Wow, schau mal diese Stamina. Du musst ja auf dem Track-Team oder so. Du kannst uns porten. Ich muss wahrscheinlich nicht euch sagen. Aber du weißt, wir können diesen Portal nutzen, um zurück zu Blim, wenn wir wollen. Aber, äh, also find Trudgeon forward. Jep. 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 Auch wenn es nicht hat light ist. Jetzt f Placeität der Obachterden�be. Ehe spannend ist aber einances Gerät der Blauzeiter aktivität. Und ich stehle vielleicht sogar die Rüstung, das heißt, das klingt ziemlich cool. Was auch cool ist, ist, wenn man das der Fernsehner-Mod, dass die Kristalle aus der Ferne muss ich nicht mehr anschießen und dass ich dann detonieren und den Zweifel schauen mache, das ist auch cool. Aber was ich auch recht lässig finde, ist entweder, dass man die Lachladezeit, ok. Genau, dass die Kinder zurückkehren zu uns vom Preacher, also von ihm, wo wir dann Leben kriegen. Das ist cool, weil ab und zu verlieren wir schon original Leben. Und das ist auch cool, dass sie etwas schneller zu Gedanken und den Feinden zurückkehren. Aber auf jeden Fall machen wir mal das. Das ist echt lässig. Aber jetzt richtig irgendwo. Yeah. Aber ich schätze mal mit 400 können wir nichts mehr machen. Ja. Dann schaue ich noch ein bisschen weiter da. Also Jin hat ja vorher gemeint, dass er bei unserem Computer da irgendwas gemacht hat. Ja, der schaut noch relativ gleich aus. Dann schauen wir mal wo wir uns da überall importen können. Drück. Oh no. Ich gehe nochmal da rein, habe ich gerade gesehen. Da sieht man sogar, wie viele Kisten man von dem jeweiligen Gebiet hat. Das ist nämlich cool. War alle Kisten zum kriegen? Puh. Also ich glaube es ist mal wichtiger, dass wir alle Upgrades kriegen. Obwohl ich denke, dass wir schon fast alle Mobilitäts-Upgrades haben. Außer, dass wir vielleicht eh Upgraden, dass wir ein bisschen höher kommen und ein bisschen schneller kommen. Auch mit was wir eben Upgrades haben. Und dann erst Kisten suchen, weil sonst kommen wir ja nicht zu den Kisten. Aha. Upgrade. Ja. Und dannion. Kann kac. E RPG. Wo müssen wir denn hin denn? Yeaaah! Up in this bitch! Und da hinten ist eigentlich nichts. Okay. Das ist ein Mal zu tun. Okay. Das ist ein Mal zu tun. Das ist ein Mal zu tun. Das ist ein Mal zu tun. Oh, oh! Did someone order something crazy? Go. Yee-haw! How's it going? I'm not gonna look down! I'm not gonna look down! My trickle is ready to blow. My trickle is ready to blow. You don't scare us. Hm. Bomb dissolving at the moment everything I was off. New call and I picked up. Auf jeden Fall will ich schon mal sagen, man muss die ganzen Waffen, zumindest da bei den simpleren Parcours-Abschnitten wechseln. Muss man wirklich schauen, wie sie mitdenken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er mit vor Ort. Go ahead. Das ist auch ein Top Sound. Das ist Viollett. Das ist mit dem die Ljung. Genau! Der 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 anderen. Ich hab noch mal mehr Ich hab noch mal mehr Ich hab noch mehr Oh, warb Ding. Warb Crystal. Der hat so weit die Wasser für keine Nahrung für irgendwas, ey kann man da was herwappen nicht, oder? Ne Ich werde mir auf jeden Fall irgendwann mal was herwappen müssen, früher oder später Geh, geh, geh wir in da Das ist Angela Screndel! Willst du ihn? Oh, angela ist mit ihm Ich glaube, er ist es zu verabschieden Bye Angela! Pio Nöchtensal, zitiere ich, Sie wissen! Oh boy. I'm going to kill him. 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 He's in a noob. Okay, I'm going to kill him. Oh my god. I can kill him. Oh, I'm going to kill him. Oh, he's in a very deep place. Ich weiß nicht, wie es zu tun ist. Wo ist das? Ist das die Auf-Tack-Lin? Ist das schon die Augsaube-Wüste? Vielleicht stellt es ja schon der Star, die Harald Augsaube-Wüste und ist die Augsaube-Wüste? Na ja, mal schauen Wie ist der? Noch einmal Dreier vom Planeten Hölle Ähm Okay Jess und Cap'n's Club freunden sich an um sich gegen eine der gefräßigsten Reichs- und Westen des Planeten Hölle zu verbünden Du bist gar nicht so schlecht Kleiner, vielleicht schließe ich mich dir an Der Riesige da Äh Ja Ist ok, ist ok, ist ok Komm, ich muss mal her Ach Oh 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 Ah Wie ist der Mott noch nicht drauf? Das muss man wirklich auswählen. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir auch noch vor. Lustig. Jetzt ist er naked. Dann ist er. Jetzt geht's bei denen auch. Schau, das geht aber bei denen auch. Okay. Sie fliegen zwar nicht mehr her, aber... Ja, da kann ich, muss ehrlich gesagt sagen, er ist zwar praktisch und sein Ball ist halt auch relativ strong. Aber irgendwie, wie fern ist die halt Broken? Und wie neu ist die Gas Broken? Okay. 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 Jetzt haben wir eine andere Farbe. Und er ist halt cool für Chaos. Du musst aber nur... Heww you pew! Then�� Czer, was? What the hell, what is this? What is this? Why is this in here? I'm trying to jack off! This is really distracting to me, but I'll still be able to do it. Trust me. I've been through a lot. Ok. Okay. Obviamente, ist ein? Okay. Hm. Da rein? Ah wohl. Ah. True, du musst dich ja retten. Hm. Vergießt mehr oben. Hey, da hinten ist blau. Da soll die Kisten sein, ja schon. Die Kistenradar ist halt schon oben. Geht. Hey, everyone. Stop the game. We're gonna have to get it. Aww. Ooh, what's for lunch today? We can set it up. I'm gonna hit him up. Get him up. Snoop as Gatley here. I'm in the bad, babe. You might just disappear. Come on out so I can shoot. I'm gonna hit him up. Hmm, I'm gonna hit him up. Let's get two more people and play a game with you. It's good, right? It's good, right? It's an honor. Thank you! Thank you so much! Man, we're gonna kill him. We're gonna kill him. Hey lord. We're gonna kill him. We're gonna kill him. We're gonna kill him. Come on, we're gonna kill him. Okay. Is that done? Yeah, good. I think it's going to be blue. That was cool. So what did I do from first to first? Hmm. I guess... I guess... That's what I do. Oh, yeah. Poison's IXT here, bro. Ah, now it's open. Why do we need to open now? What the fuck? I'm just gonna kill him. I'm just gonna kill him. In minifamad. That's onks? It's just oh my god, what? What's up, what? Da gucken wir doch eh noch gleich aus, oder? Das verwirrendste ist, dass die... What? Dass die Waffen, wem wir zum Beispiel denen das erste gehabt haben, das zweite ist nett, die war erst auf Nummer 2. Du wirst verwirrend, aber ich werde es trotzdem nicht ändern, glaube ich. Die Waffen, die Waffen, die Waffen, die Waffen. Also peers, die Waffen, die Waffen Die Waffen, die Waffen, oder? Die Waffen wird alle24, die Waffen. Die Waffen in den Abol«, wenn sie dann auch bei Waffen wird ziemlich gesammelt, wenn sie dann entweder alles hierzu kommt. It's over, you scrändle fuck! Quit running! I wasn't running! What? Fuck you! Whatever! Fuck you! Bye-bye!